wo ist er? da ist er! bevor das video losgeht wollte ich euch noch was sagen und zwar der ton ist scheinbar nicht besonders gut ich habe die gleiche kamera wie sonst da hat sich nichts geändert aber so wie es ausschaut ist der kia niro electric um einiges lauter als der kia soul wenn man die videos von den kia soul sieht oder das video jetzt dann tonmäßig vergleicht hört man hintergrundgeräusche extrem viel das auto scheint lauter zu sein das heißt zukünftig wenn ich ein video in der fahrt oder während der fahrt mach dann muss ich ein mikrofon benutzen sorry es wird sich ändern peace hallo herzlich willkommen bei mir auf dem kanal ja das video musste jetzt sein denn ich habe eine erfahrung gemacht letzte woche da wollte ich einfach euch mal teilhaben lassen man sollte das auto vorher anmachen ich bin es nicht mehr gekommen man sieht schon kenner werden sehen es ist ein anderes auto als vorher ich habe ja vorher hatte ich einen kia soul jetzt habe ich einen kia niro jeweils ein f also ev und ist ein geiles auto gefahren noch gut den soul habe ich ja hergegeben weil er ein fahr sich geladen hat und schaue demo gehabt haben das hat man zum schluss eigentlich gar nicht mehr taugt aber selber war toll aber ich wollte halt jetzt einfach was anders und habe den jetzt seit januar mehr als zufrieden mehr als zufrieden wunderbar und und ja oder um hyundai geht es nämlich jetzt denn ich habe am mittwoch letzte woche war ich bei der inspektion von unserem kona hyundai kona electric von meiner frau 15.000 kilometer und es gibt schon ein video von dem vorgänger kona wo ich dann auch ein 15.000 kilometer inspektion habe machen lassen und da gibt es ein video das kann ich oben verlinken wenn ich es noch kann wenn ich es noch schaffe weil ich weiß gar nicht mehr ob ich das überhaupt noch hinbringe schnittprogramm ist gar nicht so einfach wenn man es über jahr nicht benutzt hat und auch die perspektive ist anders sehe ich gerade aber ist nicht so schlimm und da gab es ein video oder da gibt es ein video 15.000 kilometer inspektion vom kona electric von unserem alten blauen und das weiß ich noch der hat damals 105 euro kost das heißt dann beim 15.000 da ist nicht viel da wird nicht viel gemacht da wird kurz mal drüber geschaut deswegen ist also günstig 105 euro dann gibt es vielleicht nur software update fürs navi system und so weiter 105 euro für nicht so viel aber 105 euro ist okay jetzt war ich mit dem neuen noch also drei jahr später ein bisschen über drei jahr später 15.000 der inspektion von dem gleichen auto ja was glaubt sind was das ist was das kostet habe ich mir interessieren ja ich rate es jetzt im endeffekt ist egal weil ich sage es euch ja sowieso 203 euro das heißt ein bisschen über drei jahre ein aufschlag von 100 prozent das ist viel kamera wackelt da muss ich auch was einstellen das ist wirklich viel 100 ja im endeffekt 100 prozent über 200 euro für eine inspektion da muss ich jetzt nochmal zurückrufen weil ich nicht mehr weiß was genau gemacht worden ist und jetzt eine software update gemacht und so weiter ich habe nichts gekriegt nur die rechnung da steht nichts drauf da muss ich erstmal schauen ob man da noch genauer ist hinbringen und da wäre ja auch fragen warum das ist so teuer alles ist teurer geworden gerade in den letzten zwei jahren aber 100 prozent teurer das macht ja in drei jahren 33 prozent aus also so hoch habe ich die inflation nicht sonst nirgends gespürt mal sagen und war interessant weil ich nämlich dann bei ja indem ich das auto abgegeben habe habe dann ein bisschen zeit gehabt und habe dann so so in dem in dem neuwagen showroom habe ich mal ein wenig so geschaut und da ist ein ionic 6 drin gestanden jetzt kann man über den ionic 6 denken was man will technisch ist er sicherlich gut wenn qualitativ ist er sicherlich auch gut wobei ich dann drin gesessen bin und die seitenverkleidung von der tür das ist ein großes kunststoff teil das war wenn man da hingeschlagen hat schon recht wappelig weil es eine große fläche war das war recht instabil und das kam mir jetzt nicht so hochwertig vor wie das auto sonst ist weiß ich nicht da könnt ihr mal ein ionic 6 besitzer mal schreiben was er von der von der qualität hält von dem auto aber ich meine war gut ausgestattet hat glaube ich eine gibt es eine 77er batterie dafür 77 kWh glaube ich was ich so in erinnerung gehabt habe hat er gehabt und ansonsten hat er schon vollausstattung gehabt also Leder und Sitzbelüftung und 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 dann war es halt interessant der preis der dann unten drin standen ist von dem auto denn da waren 1750 euro hersteller bonus schon abgezogen und das auto war halt immer noch für 65.000 euro drin standen 65.000 euro und das ist jetzt meine frage wo will kia und hyundai die nehme ich jetzt einfach mal zusammen wo wollen die hin denn für so einen preis und man kann jetzt tesla-fan sein oder nicht also ich bin jetzt nicht unbedingt ein tesla-fan ich finde die schlecht und ich finde sie gut überdacht und ich nicht nur überdacht sondern durchdacht nennen wir es mal so mit der software einbindung und so weiter das kann scheinbar nur tesla richtig gut weil alle anderen hersteller wenn es zu die tests anschaust dann nicht so gut abschneiden auch kia jetzt meiner oder hyundai hat ja dieses blu link und diese kia app und auch die ist nicht so schlecht wie die vom e-up aber trotzdem mehr als verbesserungswürdige und das kann halt tesla einfach besser ich habe die tesla app ja auf meinem handy habe ja tesla konto und wenn ich wenn ich da mal ein auto einbinde oder sowas das geht rucki zucki geht das das ist immer erreichbar ich hatte noch keine situation wo die tesla app nicht gegangen ist hier habe ich schon sehr oft gehabt dass mal die app nicht gegangen ist dann habe ich mir mal gedacht was kriegt man denn für 65.000 euro also dann bleiben wir mal bei tesla und ich weiß es gibt viele leute die würden kein tesla kaufen ich war auch so immer noch der tesla weiß ich jetzt habe mir schon mal ein bestellt ist aber da nichts worden ja gut aber das also bei dem preis wenn ich mir den long range model y anschaue long range oder das long range model 3 bin ich beim long range model model 3 glaube ich bei 54.000 euro komme genauso weit also auch über 600 kilometer habe die bessere anbindung habe keine inspektion die ich anfangen muss ich kann ich kann den natürlich anfangen und zur inspektion fahren muss ich aber nicht das heißt deswegen verliere ich nicht die garantie das ist bei hyundai und bei kia ist es halt so die haben also der niveau und der corona haben zwölf monate oder 15.000 kilometer und das ist schon wenig und für das dass es so wenig kilometer sind mittlerweile die preise sehr hoch das ist schon das ist schon seltsam und ist das zeitgemäß aber die r update hat der tesla und so weiter und ich zahle gute 10.000 euro weniger für ein meines erachtens eines erachtens ein besseres auto würde ich jetzt aber die bessere technik nennen wir es mal so auch wenn wir jetzt viel viel vielleicht schimpfen und sagen nein das stimmt ja bessere technik ist es nicht ich persönlich denke schon dass es die bessere technik ist weil die einbindung von dem ganzen fahrzeug einfach viel besser ist warum kaufe ich mir kein tesla oder brauche ich mir bis jetzt kein tesla gekauft weil ich dem Elon Musk irgendwie nicht vertraue wenn ich das außer betracht lasse und wenn ich die leute die sagen ja ich möchte kein tesla weil dann kann ich das sehr gut verstehen aber rein technisch gesehen zahle ich für ein model 3 ok dann hat er vielleicht nicht so viel platz trennen oder so obwohl effizienz technisch ist er ähnlich nicht gleich da ist der hyundai noch mal besser denke ich reichweiten technisch ist er gleich leistung ist natürlich noch mal ein ganz anderer unterschied also eng schwindigkeit mit 230 ist mir auch wurscht ich fahre mit meinem auto nicht schneller wie 120 ist völlig egal auch in der beschleunigung von wohl auf 100 ich glaube 4,4 sekunden oder sowas nach in der interessiert mich jetzt da ist der ionic 6 natürlich langsamer das würde mir reichen aber auch wenn da einer wert drauf liegt also ich krieg das performantere und technisch neuere auto für 10.000 euro weniger dann frage ich mich wo ich da hin will denn der weg den sie jetzt da einschlagen ist meines erachtens nicht unbedingt produktiv wenn man sage ich möchte größer sagen dann nehmen wir das model y als long range der kostet glaube ich 57 und da bin ich immer noch 8.000 euro oder 7.000 euro mit allem drum und dran unter dem preis vom ionic 6 für ein größeres also das sind schon gesalzene preise ich habe den hier gebrauch gekauft für 38 naja als 3.000 km auf eigentlich volle garantie und ist das schon viel weil ich habe mir nämlich dann gesagt menschen ich kriege ein model 3 neu für 39 oder ne stimmt nicht für 42 da waren die 3.000 euro schon weg und dann noch die 6000 euro quasi weg dann war ich gewesen bei 46 36 dann kam die überführung dazu 37.000 im endeffekt ist das auto gebraucht schon teuer gewesen als neuer model 3 und ich habe mir vor dem noch einen hyundai kona angeschaut wo die ausstattung aber jetzt auch nicht die beste ausstattung also ob jetzt der leder und sitzbelüftung und so weiter das hat der ikon noch nicht gehabt hat aber 20.000 km in hellblau in diesem blau mit 204 ps unter 5 oder 64 batterie drin so wie der auch und die wollen 41 dafür habe ich zu dem verkäufer gesagt 41.000 euro für den gebrauchten kona jahreswagen und zwar mittlerweile ist er jetzt schon kein jahreswagen mehr weil er steht schon die zeit über halbes jahr also ist schon eine halbe jahre alt und ihr werdet das auto für den d preis nicht loskriegen und dann hat er gesagt doch doch das kriegen wir schon los kein problem das steht halt nur da weil ich mir so dann kaffee mal lieber obwohl ich jetzt kein so fan bin einen neuen ein neues model 3 legt vielleicht dann noch etwas drauf und habe aber eine ganz andere klasse von auro schreibt mir in die kommentare was ihr davon halt vielleicht verpult mich jetzt tesla ist kein auto oder wie kannst du das sagen aber das ist halt nur meine meinung design technisch finden sie jetzt alle besondere schönheiten also der ionic 6 ist sorry falls ihr einen habt und euch in das auto verguckt habe weil es für euch ein schönes auto ist aber das auto ist ich habe das erste mal verfolgt ich habe mir gedacht meine güte was ist denn das für fanggucken das geht ja gar nicht und vor hinten und vor der seiten der schaut für mich äußerst schlimm und schrecklich aus für mich nur für mich und design über design lässt sich streiten aber es ist halt meine meinung und ja das model y kurz das model 3 da sagt man immer da da sitzt man so zwar im fahrzeug aber trotzdem hat man das gefühl dass man oben drauf sitzt weil alles so tief gebaut ist und die windschutzscheibe so weit runter geht ja ja also wo will kia und wo will hyundai hin mit denen die preise zum premium hersteller reicht es nicht reicht es einfach nicht der neue niro den es gibt der kost mehr als der alte niro in der gleichen ausstattung die technik die drin ist ist meines erachtens was ich so gelesen habe absolut identisch die gleiche batteriegröße die gleiche ladungsleistung die gleiche ps zahl und 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 eigentlich alles das gleiche bloß hat moderner verpackt in der modernen karosserie und in der innenausstattung auch moderner mit dem schönen großen display das leicht gewölbt ist und so weiter aber die technik selber ist alt muss man einfach so sagen die ist alt und da verlangen die wirklich viel geld und wenn ich jetzt rechne dass der neue kona 48 kostet das müssen wirklich leute seien die einfach sagen ich will keinen tesla weil keine ahnung vielleicht die gleiche meinung wirklich vertrauen in den masken aber die preise alte schwede von den deutschen premium hersteller noch mal ganz zu schweigen die haben ja auch ganz schöne preise da kann man jetzt natürlich sagen ja das ist das ist gerechtfertigt warum auch immer der id3 ja das ist auch das thema da habe ich mir jetzt nicht eingearbeitet aber in das thema eingearbeitet und deswegen denke ich mir ujala was ist da los wo gehen die preise hin wo gehen die preise hin klar wird alles teurer aber es hat immer geheißen die autos ein günstiger weil batterien günstiger und so weiter aber wenn ich aber für den preis verkauf und der konkurrent hat ein besseres paket geschnürt für deutlich deutlich weniger dann sehe ich selbst für hyundai und für kia zukunftstechnisch dunkel übrigens auch schwarz aber dunkel weil jetzt kommen die chinesen ich möchte kein chinesisches auto weil ich nicht weiß was das auto in die partei funkt sag ich jetzt einmal übertrieben vertraut man denen nicht ja weiß ich nicht die autos sind sicherlich nicht schlecht wie gut dass sie wirklich sind wird es in zwei drei vier fünf jahren zeigen bei hyundai in drei vier fünf jahren mein soul war sechs jahren zum schluss der war immer noch erstklassig von der verarbeitung von der leistung her der hat batterietechnisch aber nichts verloren und so weiter also das auto ist für mich immer noch neuwertig gewesen wie es bei den chinesen weiß man ja das wird man sehen aber wenn die noch stärker auf den markt drängen dann wird es selbst für Hyundai und Kia als ehemalige günstiger der autohersteller wird schon schräg also wird schon schwer schon wieder 20 minuten gesprochen ich wollte maximal eine viertelstunde sorry es ist ein paar gefahrt in seinem fahrt aber einfach mal wieder ein thema das mich einfach beschäftigt hat und ich euch damit ein bisschen auf den kichs gehen würde wer es bisher ja durchgehalten hat dankeschön schreibt es in den kommentaren wie eure meinung ist also sprich 15.000 kilometer inspektion für 200 euro vor drei jahren waren es nur 100 euro und diese preise die jetzt aufgewogen werden für die fahrzeuge da muss meines erachtens Kino schon was machen oder nicht aber vielleicht sehe ich das bloß so schreibt es mal eure kommentare unten in die kommentare ich meine natürlich eure meinung in die kommentare man sieht uns wieder und man sieht sich wieder und vielleicht demnächst wieder auf diesem servus glücker euer okay und